Hallöchen, hier ist mein Vorspiel zum Wochenrückblick, der Freitagabend wieder online ist, hier auf peilermann.de oder agro.tv. Wir haben diese Woche wieder richtig geile Themen dabei, wir haben 100 Tage Schwarz-Gelb, wir haben am Start Guido Westwave, wir haben Merkel und Schäuble am Start, was die Steuersünder pipapo, wir haben verschiedene Umfragen und so weiter zu Situationen in Deutschland, wir haben Hartz IV drin, was soll ich euch erzählen, Alter, wir haben auch wieder eine richtig harte Woche, die ordentlich zurückgefickt werden muss und ich übernehme das für euch, weil ihr meine Arzten seid und keine Ahnung, ich mache das halt, Rückfick ist mein Beruf, Alter, zieht euch rein, Freitagabend hier, peilermann.de oder agro.tv, peilermanns Wochenrückblick, Alter, seid ihr dabei, seid ihr im Bild, ich bin raus, Alter, haut rein, tschüssi.